Wo wohnt ihr? Ja, ihr seid in Nürnberg. Frankfurt, oder? Frankfurt? Let's go. Von Hannover. Kaiser! Ja. Wo wollt ihr landen? Ja, das ist doch ein YouTuber, aber das ist der. Nee, ich bin nicht der. Ich hab mich nur so genannt. Ja doch, Mann, das ist der, oder? Nein, nein, das ist der nicht, das ist der nicht. Der ist Kaiser von China, glaub mir. Ja, ich kenn den. Ich bin noch ein Fan. Ich bin nicht der. Für mich irgendwie 15, 20 Kills mal. Wo seid'n ja gelandet da hin. Das will ich jetzt sehen, Digga. Das will ich jetzt sehen. Moby, schweigt jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Hallo, der ist hier. Der ist hier bei mir. Aaaaaaaaah .... Oh Fuck. FNET PEW. Er hat mir den Kugel geklappt, ja? Du meinst wer endlich den Armskreiber bekommt? Jajaja, also das ist natürlich leicht. können die ziehen kaiser wenn du zu uns kommen könntest ich versuch es weil die gegen pushen heute hier ist hier ist hier ist hier ja eine miete 11 habe ich immer verunsichert da kommt der kopf wo ist er wo ist er wo ist er da sind welche da sind welche geld habe ich da hingelegt alles hinter mir kennt ihr euch oder was alle wie alt seid ihr auch 24 das ist schon einiges 600 aber der will nicht angehen das ist ja und zwar weg von beiden seiten ja solche das ist ja mein gott oder was ich bin tot nein ich habe mich nicht mit meinem preis wollte dir einfach für mich ergeben ja ohne das und ich habe ja das schießt einfach wieder eine sekunde da da guck mal hier zwei leute bei uns ist noch welche 15 meter bei uns drei leute hier ja ich bin tot ich bin tot ich bin ich bin mach mal die tür auf hier unten bitte halte mich halte mich halte mich halte mich alles gut alles gut kommt er kommt warte er ist jetzt da 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 ist er stand nicht hast du ihn hast du in der rutsch habe ich von ihm anders getötet da kommen zwei noch einer oben noch einer oben die kämen immer noch auf dem dach her auf dem dach hand jetzt auf dem sein kopf sehr gut das kann doch nicht sein da sind zwei einer versteckt sich auf der toilette und einer im flur die treppe oku die treppe halten ich glaube einer pusht gerade wieder noch unter uns oh wer hat mich gekauft das hier bei mir noch einer ok die sind alle hier alle easy kills alle alle finde ich in ihrem selfy weil nice stark stark big ogu let's go easy wer ein einzig wird bestimmt schon in der zone sein pass auf warte mal ich mach clusterschlag eine map mechanic alter dieses game ich habe einen schild ich habe einen richtigen einer mit sie einzig wird jetzt auch hier vor uns sein ja ja einer ist vor mir ich habe einen noch setze in den luftschlag rein ein solcher da ja alles klar Luftschlag im anflug ist er in den anrufen oh was für was viel gegen vier sind wir da ist einer ich habe ihn oh Mann von mir von mir hier jetzt nächste runde nächste runde bin da und ja ja ich dachte es nur noch einer das war irgendwie noch vier also ich dachte irgendwie alle trotz war noch voll viel das ding ist hat sich durch deine stimme voller kann ich meine erfahrt doch das ist kacke ich wollte unerkannt bleiben leider hat nicht geklappt schade aber jetzt nur von aber ich weiß jetzt nicht mehr du bist aber ich guck gerade hast ja gar kein problem weißt du alles easy kann ja nicht jeden kann auf youtube heißt du auch so ne ja ich heiße youtube genau scheiß überall soja jetzt jetzt ja jetzt habe ich es gerade gesehen du hast vor einem tag ein video gepostet vor 1 20 stunden let's go team ok leute legen wir uns ins zeug der fein springt über dem gebiet ab auf den himmel ab ich brauche da mal eine drohne ich habe keine ahnung wo alle sind hier sind zwei bei mir ich bin voll gesandt und weg zu 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 das leute hier schon wieder machen gerade one shot one shot da war einfach fünf millionen leute sind die unermals kranken spieler da bei mir wo ich gerade eben war kommen zu dir einfach immer da hinten kann ich nicht gut landen wo ist er aufklärungsüberflug unterwegs das stimmt noch mal ab ab das ist geschützt völker das geschützt ja immer noch aber hier ist einer Ja, hier ist einer tot, Lila. GG! GG! Das ist echt so, ist vielleicht, guck mal, ich hab grad... Ich schreibe mal Leute, ich hab Battlenet da und GG's, boys. GG! Danke schön. Danke für das Spiel. No problem. Kein Ding, Digga. Tschüss. 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 Oh, wow. Tschüss. Tschüss. I love that.